Hallo, ich bin Kim, ich bin die Mama von Mila Carlotta, vier Jahre alt und von Jona ein Jahr. Und für uns ist der Yippio Cross Buggy ein echter Renner. Erstens, weil beide Kinder in dieser wirklich großzügigen Sitzschale ganz, ganz viel Platz haben. Und dazu kommt, der Cross Buggy ist ganz, ganz toll gefedert. Also wir haben Hund und sind jeden Tag wirklich zwei-, dreimal draußen am Spazierengehen und dann geht es bei uns auch wirklich hoch und runter und über Stock und Stein. Und die beiden sitzen wirklich total bequem. Und außerdem sind die Speichen und die Reifen auf eine ganz besondere Art und Weise gesichert. Also selbst wenn man so eine klitzekleine Kinderhand da rauswandert aus der Sitzschale, kann einfach nichts passieren. Ja und ich würde sagen, der Cross Buggy, den kann man überall fahren, wo man andere Buggys auch fahren kann. Aber da, wo die anderen den Geist aufgeben, da gibt er erst richtig Gas. Also wir haben wirklich Sandwege hinter uns, Baumwurzeln, das nimmt er alles so mit und das ist wirklich überhaupt kein Problem. Außerdem kann man ihn in drei Schritten auf- bzw. abbauen. Also er ist super schnell montiert, passt in jeden Kofferraum und ja, ab geht's. Und was ich ganz toll finde als Mama, er hat eine Tasche, also neben dem Gepäckträger, den er eh hat, wo man auch größere Sachen anschneiden kann, hat er noch eine Tasche, die kann man direkt am Yippio dranklicken. Also selbst wenn man mal wirklich über halbrige Wege fährt, da fällt nichts runter, da poltert nichts runter. Für uns also wirklich ein totaler Hit. Wir würden ihn nicht mehr hergeben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.